So, die letzte Mannschaft im LKB, viermal englischer Meister und siebenmal FBA-Countsieger der FC Chelsea London. So, die letzte Mannschaft im LKB, viermal englischer Meister. So, die letzte Mannschaft im LKB, viermal englischer Meister. So, die letzte Mannschaft im LKB, viermal englischer Meister. So, die letzte Mannschaft im LKB, viermal englischer Meister. Vielen Dank.